The Voice of Germany, liebe Zuschauer, diese Castingshow ist eine von zwei großen Castingshows im Privatfernsehen. Und die dritte Staffel von Oktober bis Dezember 2013 rückte einen jungen Mann mehr und mehr ins Licht der Öffentlichkeit, der hier in Senftenberg groß geworden ist. Die Rede ist von Philipp Bölter. Er gastierte auch hier in seiner früheren Heimatstadt im Rahmen des Senftenberger Weihnachtsmarktes. Alle Philipp Bölter-Fans können jetzt gespannt sein. Roland Herzog und Peter Schink trafen ihn im Dezember 2013. Dr. Jonathan You won't call me And I won't send you mails We'll be at the stumps There'll just be told tales And maybe you'll meet again When you lie on my way Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, und dann gliedert sich das ja eh wahnsinnig tolle auf. Ich würde sagen, es ist rockiger Folk mit Blues-Einflüssen oder bluesiger Folk-Rock. So was, glaube ich, trifft es ganz gut. Eigene Titel sind auch schon dabei. Ja, bisher alles. Also ich schreibe viele, viele eigene Songs und habe auch drei Alben schon veröffentlicht. Das neue soll dann im Februar kommen auf Schallplatte. Ganz, ganz, ganz traditionell quasi oder ja, retro. Wir haben es auch analog aufgenommen auf Bandmaschine und machen halt eine Schallplatte. Da hört es sich halt musikalischer an. Es geht halt nicht verloren durch digitale Einbußen oder so. Es hat wirklich Musik drauf. Und die Mundharmonika lockert die ganze Sache noch etwas auf? Ja genau, ich meine, ich kann mit der Gitarre unten halt besser noch dazu spielen, die Harmonien legen, einen Rhythmus geben. Und entweder könnte ich jetzt dazu pfeifen, wenn ich gerade nicht singe, oder Mundharmonika spielen. Und das hat sich auch bei vielen anderen Künstlern schon häufig bewährt. Drum, drum mache ich das so. Nochmal so, Voice of Germany. Wie ist das da? Wo sind Sie da untergebracht? Müssen Sie das selber bezahlen? Oder kriegen Sie da sogar eine kleine Gage? Ne, das wäre es ja. Wir wurden immer fleißig im Hotel untergebracht, im Adlershof. Das hat er vier Sterne sogar. Und dann wurden Sie Zimmer bezahlt und die Flatrate fürs Internet und so weiter. Und Frühstück war dabei. Ich glaube, sonst Essen und die Barrechnung muss man dann selber bezahlen. Die anderen Kollegen, die Mädels und Jungs, die auch um den Titel gekämpft haben, wie sind die so oder wie sind Sie mit denen so klar gekommen? Sind die neidisch oder gibt es da Zoff oder sowas? Das gar nicht. Also Zoff und Neid hat man so jetzt nicht gespürt. Das waren ja anfangs in der ersten Phase 160 Leute da. Ich glaube, im Fernsehen wurden dann nur 110 maximal ausgestrahlt von den 90, die weiterkamen. Also uns die 90, die weiterkamen. Es waren ein sehr bunter Haufen. Es gab halt sowohl vom Charakter als auch äußerlich verschiedenste oder alle möglichen Leute. Alle Typen waren da vertreten. Und ich habe mir halt so ein paar Leute gesucht, mit denen ich halt am besten klarkomme. Und die sind aber teils alle dann auch bei den Showdowns mit rausgeflogen. Also da, wo ich auch rausgeflogen bin. Ich sage es mal ganz, ganz liebevoll. Die ganzen Vögel, mit denen man halt auch mal an der Bar, die spät in die Nacht sitzen konnte oder draußen. Wir hatten immer schönes Wetter. Und das hat sich dann angefühlt wie Klassenfahrt. Das war eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Also im Sommer, sonnig auf der Terrasse, in den Freizeiten. Ich sage es mal ganz, 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 ganz. Ich sage es mal ganz, 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 ganz. Ja, mit Band spielen wir auch auf Platte oder auf die Aufnahmen machen wir immer mit Band und holen das Maximum aus den Songs raus. Und live treten wir auch sehr häufig mit Band halt auf, mit Bass und Schlagzeug dazu. Und da hatten wir jetzt auch im Herbst wieder eine Tour gespielt, Oktober, November. Und nächstes Jahr dann wird auch wieder eine Bandtour kommen. Das ist immer schwierig, dann halt für einzelne Termine das zu koordinieren. Deshalb mache ich das immer kompakt, dass ich im Frühjahr eine Solotour spiele, im Herbst eine Bandtour. Im Sommer vielleicht ein paar Festivals auch mit Band. Und ansonsten halt durchs Weg zwischendurch viel, viel Shows alleine. Es lässt sich besser koordinieren und es ist viel leichter. Sie sind nicht das erste Mal hier in der alten Heimat, wenn man das so sagen darf. Und ich hoffe, Sie kommen wieder mal hierher. Naja, auf jeden Fall. Gibt es schon Termine fürs nächste Jahr? Ich glaube, der nächste Termin für nächstes Jahr ist erstmal Görlitz irgendwann im Sommer. Aber ich denke mal, da wird sich noch irgendwas ergeben für irgendwann hier. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß hier beim Konzert. Dankeschön. Auf dem Weihnachtsmarkt und für das Jahr 2014 alles, alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön, Dito. Dankeschön, Dito. Dankeschön, Dito. Dankeschön, Dito. Dankeschön, Dito. Dankeschön, Dito. Let's end this very of your senses, is that to fail? I got the dongle hope you need, let it share Your sweet smile is seldom seen Your toil and your boil And I just do my thing In my heart This hurts too, babe In my heart This hurts too, babe It's a piece of melody of senses Is that fair? I got the dollar Hope you need Let it chill Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vielen Dank.